mehr drohnen 55 so Jono, hallöchen, wunderschön brauchen wir eine neue Kuppel ich brauche immer neue Kuppeln wir haben irgendwie seitdem wir angefangen haben hier immer mehr Kolonisten rein unterzubringen, brauchen wir immer mehr Kuppeln, also es geht ja gar nicht mehr, wir brauchen noch mehr so, wir haben ja jetzt 55 Komfortwert 59, das heißt hier könnten theoretisch wenn nicht alles knüllevoll wäre könnten hier Kolonisten wohnen wir haben auch man muss es fairerweise sagen, danke wir haben auch fairerweise 869 Bewohner obdachlos, das muss man auch sehen Marius, wunderschönen guten Abend, hallöchen was ist das hier eigentlich? die Symbole sind mir neu das sind Geothermalquellen, oder? komm, sag's Deep Hotspot, yes Deep Underground Hotspot okay, also hier können wir diese Geothermalenergie nutzen, hier das da verbraucht Wasser und erzeugt aber Wärme ah, okay produziert Elektrizität aus Geothermalen Hotspot aber auch erhöht quasi die globale Temperatur okay, wir brauchen definitiv mehr Wohnflächen für unsere Leute das ist nicht mehr anders drin wir haben schon so viele Kuppeln hier oben wäre auch noch eine Möglichkeit also Chat, das wäre jetzt auch so ein Ding da könnte man mal überlegen also ich bin da jetzt ehrlicherweise nicht so gerade also auf den Canyon hier hinten habe ich eh keinen Bock ich würde fast vorschlagen, Chat dass wir hier mal so ein bisschen weißt du? kann da jetzt eigentlich noch einer hin? oder ist das zu weit? ist zu weit, ne? da geht keiner hin außerhalb der Drohnenreichweite gut, denn machen wir die Drohnenreichweite halt woanders hin Tunnel 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 warum ist das blockiert hier? ist ja nicht uneben achso er macht das schon okay, wir machen das mal weg hey HomeDevil wunderschönen guten Abend so okay ist ja echt grün geworden ja ne wir wursteln ja auch wie die Weltmeister an dem Ding muss ja irgendwann mal aus Versehen schon so dann brauchen wir jetzt hier noch ein bisschen Wasser zugebringen so dann haben wir hier den Anschluss gelegt dann holen wir mal gleich die Drohnen hier ran und hier oben brauchen wir dann erstmal Drohnenhub und hier bauen wir gleich mal so ein Large Universal Depot hin why not Freunde why not so so da haben wir das Ding gleich das ist soweit startklar dann machen wir hier noch ein kleines normales Depot hin weil das nämlich in der Regel sofort startklar ist und da fordern wir einfach Wunschmenge mal ein bisschen was an ähm du bleibst mal hier Kumpel so jetzt müssten eigentlich Drohnen hier hochfliegen tun sie auch und müssten hier Sachen abladen und damit kann hier nämlich wild gebaut werden habe ich so den Eindruck und dann könnten wir hier oben weiter bauen oh was hier giftiger Teich ekelhaft hier auch ist mir doch egal geht nicht weil es blockiert oder was oh man ok wir müssen daran arbeiten können wir nochmal was wegen Begrünung machen gerade hier so ach der ist der schon auf dem Weg ne da ist nur ein anderer hin unterwegs noch irgendwas cooles vielleicht hier 5% komm schau mal wie grün der Mars schon ist das ist doch wunderhübsch bloß wir wohnen scheinbar in der dunklen in der dunklen in der dunklen Höhle hier ist das bei ihm so jetzt klauen die auch noch die letzten Meter da weg ist das gleich aus Futurama ja vielleicht na komm aber jetzt ja also jetzt wird das Ding gebaut dann können wir noch viel viel mehr anfragen dann lassen wir hier mal überall 50er Menge holen oh bebt schon wieder so jetzt wird hier oben gerade sehr viel angefragt das heißt es werden viel mehr Drohnen nach oben wandern weil hier gerade ein richtiger Pool entsteht aus wir brauchen ganz viel auf einmal und los geht's ja die arbeiten schon dran perfekt so mehr Drohnen bringt mehr Freundschaft hier bei uns so dann machen wir jetzt hier erstmal so eine kleine Felsform ne nicht Felsformation warte wir brauchen Mülldeponie so hier da freuen sich alle und wir brauchen hier oben gleich nochmal wir machen da weiter wir ebnen hier auch noch weiterhin ein hier wir brauchen mehr Platz für unsere Kuppelteile so haben wir jetzt ordentlich was zu tun da oben oh wenn da mal die Sonne scheint dann ist bei uns eigentlich echt hübsch ne also hier auch wenn du das so anschaust ich finde das schon schön bei uns da guck mal da landet gerade was ach herrlich oder Fans fans gegen wunderschönen guten Abend hallöchen Drohnen zucken halt ein bisschen aber ey ist ein bisschen neblig das liegt wahrscheinlich an den ganzen Drohnen die hier rumeiern ja so schaut's hier aus ist fast weg schön der Teil hier ist ordentlich gemacht gut warte kurz wie können wir das hier vielleicht noch mehr zu groß hier aber nicht so komm wo ist das jetzt zu groß oder was so ich will ordentlich was zu tun die Jungs oh Mädels wobei das geht immer die sind ja immer so schnell dran so neue neue Aufgabe ähm da fliegt schon einer jo haben wir noch irgendwas hier nochmal ein bisschen eine Wolkensaat warum nicht ne ein bisschen Wasser Wasser ist Leben Freunde ja das ist bestimmt nicht schlecht wenn er das mal macht so hier weiter geht's wir brauchen mehr mehr Platz für unsere Baugeschichte so da kommt aber niemand mehr hin und das ist super schlecht dass das gerade hier steht aber das macht gerade das konnten wir vorher nicht anders machen wir das mal hier hinten hin dann sollen die das umräumen und dann bauen wir hier einfach mal weiter runter ok und dann bauen wir hier nochmal ein bisschen Drohnenhub Freunde auf so da brauchen wir jetzt natürlich fangen wir jetzt gleich mit dem Wesentlichen an erstmal Bürsten hinstellen und dann brauchen wir Lagerfläche hier oben können wir auch nochmal so bauen so und weil wir ansonsten ja eigentlich sonst nichts mehr brauchen was hopfen wir das Leben ach Entschuldigung so können die da unten rumwurschteln wir können ja die ähm auch noch zum Bau da runter schicken Weihnacht wir müssen demnächst mal wieder neue Drohnen bauen langsam kriegen wir hier oben auch ein bisschen mehr Fläche her ne ist nicht mehr so krass viel aber es geht warte mal kurz wir brauchen mehr wir brauchen definitiv mehr Drohnen äh hier brauchen wir auch noch Bürsten fehlt mir gerade so ein so mehr mehr Drohnen so Ah jetzt kümmern die sich um den nächsten Tümpel den wir trockenlegen müssen aber dann können die oben sich jetzt um den andere um die andere Geschichte äh kümmern um die ebenen Geschichte hier so naja warten wir mal bis die das weg haben dann geht das schneller so naja guck mal hier gibt es auch noch was schön Polymer gefunden auch nicht schlecht Multibit wunderschön Hallöchen so außerhalb der Grenzen wo nicht mehr hier so hier sind die Drohnen nicht wir ebenen ja einfach hier alles jetzt zu groß Milestone achieved Planet bewohnbar seit die seit die Gründer Fuß auf den Mars setzten träumten wir von dem Tag an dem wir frei über den roten Sand schreiten können heute wird dieser Traum endlich wahr geht nun Mars mit mit Marsianer atmet die marsianische Luft ein und seit stolz wir können nun unsere Kuppeln öffnen und uns allein auf die marsianische Atmosphäre verlassen um uns mit dem Sauerstoff und der Wärme zu versorgen die wir zum Überleben brauchen Effekt wenn sie geöffnet werden benötigen Kuppeln keine Sauerstoffversorgung mehr und ihr Bau wird günstiger wenn die wenn sie die Bedingungen jedoch verschlechtern sind wir darauf vorbereitet sie wieder zu verschließen die Kuppeln öffnen meine Lieben ihr wollt es ihr kriegt es alle sind runter alle Dächer sind weg unsere Marsianer leben unter dem offen dem Himmel quasi dem freien Himmel Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Asterix 1112 vielen 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 lieben Dank Markus für deinen verschenkten Sub an Asterix im zweiten Monat Dankeschön vielen Dank dir ach wie herrlich oder die können jetzt einfach hier rauslaufen wenn sie wollen sie können auch hier rumlaufen ich würde es machen ich würde überleg mal wenn du dir ewige Zeiten eingesperrt wirst und in der Kuppel und du weißt du kannst da nicht raus das ist egal was du tust du kommst da nicht raus oder du musst deinen Anzug anziehen dann würde ich mich so freuen wenn das endlich möglich wäre ich würde mich sowas von freuen wie warte mal jetzt kommt die große Preisfrage wie ist das unterirdisch ist das jetzt hier auch atembar nein hier unten ist es nicht also zumindest nicht offensichtlich aber hier unten könnten wir jetzt mit dem arbeiten was wir was wir die ganze Zeit schon machen wollten und zwar hier unten können wir nämlich den Passage Up schon bauen so und hier unten könnten wir dann nämlich eben die nächste Kuppel ansetzen die wir auch an diese Geschichte anschließen und hier ja auch nicht ganz aber fast vielleicht ohne diese Lampe ohne diese Lampe möglicherweise machen wir die mal weg Dankeschön Dankeschön so das hängt jetzt ohne Netz dran das macht aber nix so hier bei ihm hier achso das geht nicht weil klar dann müssen wir kurz das Casino einpacken hier muss eine Farm weg und dann kriegen wir es hin also Durchgang schaffen okay und hier machen wir das gleiche die Untergründis und die Marsianer ja naja also man könnte natürlich vermuten dass die Marsianer und die die im Untergrund leben vielleicht sich nicht ganz grün sind weil die einen ja doch halt nie am Tageslicht teilnehmen ja und die anderen aber vielleicht schon und dass das vielleicht Spannungen bringt das kann ich mir schon denken sowas fehlten denen noch ja wir gehen natürlich ähm Entspannung fehlt denen was bringt uns hier unten ein bisschen Entspannung her hier so was brauchen die noch einkaufen was brauchen die noch weißt du was wir jetzt machen wie viel Platz haben wir denn unten wir haben schon Obdachlose verdammt hätte ja sein könnte dass das nicht so ist ähm spielen wollen die noch kann man irgendwas kleines zum spielen können auch eine kleine Weltraumbar hier reinbauen why not na klar so okay das machen wir weg ähm so okay bei denen machen wir jetzt auch so dass wir hier halt einfach nochmal einen Lebensmittelladen reinbringen dass man direkt vom Erzeuger kaufen kann ja wir sind ja den ökologischen Gedanken und so ne Freunde so hier haben wir ein Theater rein dann machen wir hier noch ein bisschen Security rein das kann man auch machen ne ist auch okay so hier haben wir das gleiche Problem wahrscheinlich wie überall Entspannung fehlt hier viel hier auch nochmal eine Weltraumbar und dann gibt es hier nochmal ähm Garten so und dann machen wir hier unten bauen wir tatsächlich auch mal einen Park hin und mehr Sicherheit und mehr Essen so dann sollen die sollen die weißt du dann hat jeder die Möglichkeit hier nochmal ein bisschen zu shoppen und so das wird toll die sind hier voll drin haben aber keine Drohnen wir müssten von oben Drohnen nach unten abzwacken können wir Drohnen runterschicken ja bestimmt ein bisschen 20 Drohnen schauen wir dass wir hier ein bisschen Zeug runterbringen so hat sich nicht gesund angehört so bringen wir mal ein bisschen Zeug runter und dann bauen wir hier oben allerdings weil das bietet sich ja quasi nicht nur ein bisschen sondern richtig an bauen wir hier nochmal ein paar Schnelldepots damit wir das besser versorgt kriegen so okay weil die die leisten hier schon sehr viel die bringen hier schon unfassbar viel runter gucken wir was die da voll voll tanken so okay also die tanken hier schon ordentlich Zeug rein du merkst aber langsam das Spiel kommt mit den Mengen an Drohnen und 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 shuttelt so langsam nicht mehr klar also es ruggelt schon ab und zu und mein Rechner ist jetzt nicht schlecht aber du merkst es halt einfach ab und zu kommst du ans Limit hier unten ist besser da ist weniger auf der Karte ja ich meine die Karte ist deutlich ist zwar vielleicht ja ich würde schon sagen kleiner aber hier ist weniger so Saturn vielleicht hast du zu wenig Zwergteiler kann das sein mach mal ausrufezeichen ZT und guck mal Markus Dankeschön am Moorleiche für das Geschenk der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an Moorleiche 2K 2K gleich bist du sicher Dankeschön oh no wir können keine Kuppel mehr bauen wir kriegen hier keine Kuppel rein verdammt die kommen hier nicht hin zum Räumen die kommen da nicht zum Räumen hin das ist ja unangenehm okay ja gut aber dann könnten wir trotzdem hier unten nochmal eine Kuppel setzen hier noch da hätten wir wenigstens nochmal 3 da hätten wir nicht ganz ausgenutzt aber schon mal gut dran das wäre für unten für so einen Dome Bereich wäre das eigentlich gar nicht schlecht David Dankeschön für 100 Bitties vielen Dank dir okay so Rest müssen wir von Oberirdisch klären das heißt wir müssen uns den nächsten Asteroiden der kommt müssen wir uns einmal ordentlich organisieren und dann den eben bearbeiten so haben wir noch irgendwo Pflanzen hier noch ja Moment die benutzen wir schon da hier nochmal ein bisschen Pflanzen verteilen ist das nicht mehr in Reichweite das ist doch in Reichweite dachte ich doch da gehen die schon ran aber mit weniger mit weniger Input okay dann können die noch was tun dann haben wir jetzt hier oben dieses Plateau demnächst richtig schön bearbeitet das gefällt mir wie gesagt der nächste Asteroid den müssen wir uns holen okay die Bevölkerungswelle die jetzt so durchrauscht wovor wir ein bisschen Angst hatten die scheint jetzt in Bewegung zu kommen also wir haben jetzt sehr viele Senioren aber auch wieder wahnsinnig viele neue Kinder 120 Kinder sind jetzt wieder neu dabei was schon extremst ist für uns das ist schon viel zu handeln jetzt nicht so krass das nicht so extrem aber schon muss man schon mal gucken hier läuft das bei den Zentrallagern läuft das mit dem Saatgut aber halt auch aus dem Ruder das ist schon ein bisschen crazy wie schaut es bei den anderen Lagern aus hier ist auch genug Saatgut 3.000 nee Quatsch 11.200 Saatgut haben wir eingelagert nichts im Vergleich zu Nahrung mit 28.000 das kann man auch sagen das kann man auch da sind da sind da sind Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017